Hallo, herzlich willkommen zur Einführungsvorlesung, Einführung in die Rhetorik, heute zur achten Vorlesung mit dem Thema Macht und Wirkung der Rhetorik. Wie immer, kurzer Hinweis, wo stehen wir eigentlich im Programm der Vorlesung? Wir sind in Teil B, wie ist die Rhetorik entstanden? Und wir sind am Abschluss dieses Teils B, nämlich beim Teil Macht und Wirkung der Rhetorik. Heute geht es um eine kurze Rhetorikgeschichte, eine kurze Rhetorikgeschichte in neuneinhalb Kapiteln. Es gibt über 2000 Jahre Kontinuität der rhetorischen Tradition. Die Rhetorik ist sozusagen im Abendland, ausgehend von Griechenland, ausgehend von Rom, dann in ganz Europa und über den Kolonialismus der frühen Neuzeit weit über Europa hinaus, auch zum Beispiel in Südamerika. Es gibt eben diese über 2000 Jahre Geschichte, die von der Rhetorik geprägt wurden, vor allem Bildungsgeschichte, die von der Rhetorik geprägt wurden, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als die Rhetorik dann als Disziplin untergeht. Zentral ist eben das Bildungssystem. Rhetorik war eine Macht im Bildungssystem. Im Grunde im vormodernen Bildungswesen hat jeder, der das höhere Bildungswesen besucht hat, in der Neuzeit heißt es dann Gymnasium und Universität, Rhetorikunterricht gehabt. Und die Rhetorik war auch eine Disziplin. Es gab Professuren für Rhetorik in der frühen Neuzeit etwa. Und die Rhetorik war auch äußerst findig darin, sich anzupassen an neue Kommunikationsverhältnisse. Zum Beispiel, das fängt schon in der Antike an, der Brief und Brieftheorie, die Epistolografie, die Predigt als eine neue Form. Dann auch zum Beispiel die Vorlesung bei Philipp Melanchthon im 16. Jahrhundert, gibt es die Vorlesung als eine neue rhetorische Kategorie. Und dabei bleibt es natürlich nicht stehen. Die Rhetorik ist wandelbar. Und ihre Macht, die sie als prägende Kraft Europas entwickelt hat, erklärt sich eben auch aus dieser Adaptationsfähigkeit. Die Rhetorik hatte auch eine immense Ausstrahlung auf Theoriebildung außerhalb der Rhetorik. Also alles, was mit Text zu tun hat, was mit Kommunikation zu tun hat, was mit Kunst zu tun hat. Sie hat die Auswirkung auf die Literatur, auf die Theorie der Literatur. Das ist die Poetik. Auf die bildende Kunst. Es gibt viele Kunsttheorien der Renaissance, die sind ganz stark von der Rhetorik theoretisch inspiriert. Auch auf die Musik hatte die Rhetorik Auswirkungen. Es gibt zum Beispiel im Barock so etwas wie eine musikalische Figurenlehre. Also die Idee, dass man in Musiktexten auch Figuren finden könne, dass man die mit der Rhetorik beschreiben kann und auch die affektive Kraft dieser Figuren mit rhetorischen Begriffen beschreiben kann. Und die Rhetorik ist auch Fundament für die frühen Text- und Interpretationstheorien. Da geht es ganz stark natürlich zunächst mal um die Interpretation der Heiligen Schrift, der Bibel, aber dann von Texten überhaupt. Und die Theorie des Verstehens nennt man Hermeneutik. Und jetzt gibt es diese kurze Geschichte der Rhetorik in neuneinhalb Stationen. Und ich finde es wichtig, dass Sie am Beginn des Studiums auch einmal ein bisschen so ein paar Stationen kennenlernen in dieser Geschichte der Rhetorik, die wirklich das Abendland geprägt hat. Die erste Station kennen wir schon, die mythische Gründungsphase der Rhetorik im antiken Griechenland, die Sophistik, die athenische Demokratie. Perikles hatten wir gesehen, der sozusagen Politiker und Redner in sich verbannt. Demosthenes, es gibt dann auch in der Zeit einen Kanon der sogenannten zehn attischen Redner. Demosthenes ist einer davon, Lysias, Antiphon sind zwei andere, von denen wir auch mehr oder weniger Reden heute noch haben. Also wir haben auch diese Modelle, vor allem auch der Gerichtsrede haben wir noch. Und es gibt dann eben erste Theoriereflexion im Bereich der Sophistik, das sind diese Sachen Wahrscheinlichkeitsbeweis, Redeaufbau. Die Station haben wir eigentlich in der Vorlesung schon behandelt. Über die zweite Station habe ich ganz wenig gesagt. Das ist sozusagen das, was man theoretische Konstitutionsphase der Rhetorik nennen kann. Platons Kritik an der Rhetorik hatten wir. Ich hatte Ihnen ganz kurz Aristoteles Kritik an der sophistischen Rhetorik und die Definition der Rhetorik vorgestellt. Und es beginnt nun sozusagen die Konstitutionsphase des rhetorischen Systems, des Produktions- und Performanzsystems der Rhetorik und ihrer ganzen Regeln und Normen. Und im Hellenismus fängt die Rhetorik auch an, eine Größe im Bildungssystem zu sein. Also es gibt sozusagen eine Konstitutionsphase im Bereich der Bildung, aber vor allem auch im Bereich der Theorie, im Bereich der Lehrbücher. Dann Station 3 ist Rom. Jetzt kommt die Rhetorik aus Griechenland nach Rom. Zunächst als ein fremdes Bildungsgut, was auch kritisiert wurde. Die Rhetorik sozusagen als ein Wissen wurde nicht mit offenen Armen empfangen, sondern da gab es viel Kritik am Anfang. Es gibt dann einen Prozess sozusagen der Adaptation der griechischen Lehrbücher ins Lateinische mit Übersetzung von Termini ins Lateinische. Das ist zum Beispiel in der Rhetorika Adherenium aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Das ist ein Autor, der konsequent alle griechischen Termini in lateinische Termini übersetzt. Das heißt, da gibt es auch eine Arbeit an der Begriffssprache der Rhetorik. Und da haben wir ganz berühmte Lehrbücher in der Zeit. Rhetorika Adherenium und Cicero's Frühwerk, De Inventione. Das sind die beiden Rhetoriklehrbücher, die vielleicht am meisten den abendländischen Rhetorikunterricht geprägt haben. Wir haben von Cicero De Oratore, ein Dialog in drei Büchern, ein philosophisch, ein rhetoriktheoretischer Satz mit philosophischem Anspruch. Und es ist natürlich die Zeit, in der in der Praxis, in der Römischen Republik, und Cicero ist ja dann schon die Spätphase, und dann der Untergang der Römischen Republik, die Rhetorik tatsächlich auch in der Praxis einen Höhepunkt erlebt. Und tatsächlich, die Entwicklung der rhetorischen Theoriebildung ist damit weitgehend abgeschlossen. Das ist dann bei Quintilian. Quintilian ist dann jemand, der tatsächlich oft als der erste Rhetorikprofessor der Weltgeschichte bezeichnet wird. Da sieht man, die Rhetorik geht jetzt über ins Bildungssystem. Und was Quintilian macht in der Institutio Oratoria um 95 nach Christus und der Kaiser Vespasian, sammelt er im Grunde das ganze verfügbare rhetoriktheoretische Wissen in diesen zwölf Büchern Institutio Oratoria. Und es gibt so etwas, was man manchmal dann einen Funktionswandel nennt, denn natürlich mit dem Umbau des politischen Systems von der Republik, die Römische Republik war keine Demokratie, aber sie war eine Staatsform, in der natürlich im Senat unter den Mitgliedern Dinge verhandelt wurden politisch. Das verändert sich nun im Kaiserreich, im sogenannten Prinzipat. Das heißt, die Rhetorik ist auch in einem Prozess so empfinden das Zeitgenossen wie zum Beispiel Tacitus in seinem Dialog über die Redner, empfinden das als einen Verfall der Rhetorik. Neutral beschreibt man das heute tatsächlich als einen Funktionswandel, denn die Rhetorik gibt vielleicht Aufgaben ab, aber sie gewinnt auch neue dazu, vor allem eben im Bildungswesen, im sogenannten Deklamationswesen. Das sind fiktive Übungsreden über Themen aus der Gerichtsrhetorik und aus der politischen Rhetorik. Und das sind sozusagen Übungsformen, die das Abendland geprägt haben. Station 5, jetzt kommt eine neue Größe, das Christentum. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, Aurelius Augustinus, 354 bis 430, war selbst Rhetoriker, also Redelehrer, konvertiert dann zum Christentum, wird Gegner der Rhetorik. In seinem Werk Konfessiones, der ersten Autobiografie des Abendlandes, finden sich ganz, ganz viele rhetorikkritische Passagen, schreibt dann aber ein Werk, De Doctrina Christiana, in dessen vierten Buch dann sozusagen die Rhetorik mit dem Christentum ja versöhnt wird, wenn man so will. Also es wird herausgearbeitet, dass die Rhetorik nützlich ist für das Christentum, und zwar für die Predigt, für die Predigttheorie. Und was dann auch passiert, wir sind jetzt in der Spätantike, dann auch schon im Übergang zum Mittelalter, in der ganz viel antikes Wissen, antike Bibliotheken untergehen, verschwinden. Da gibt es nun eine Gruppe von Autoren, die man Enzyklopädisten nennt, Marzianus Capella, Isido von Sevilla und andere, die nun sammeln, das antike Wissen kompiliert, also zusammenfügen in umfangreiche Werke. Und die retten vieles von dem auch rhetoriktheoretischen Wissen, retten es rüber ins Mittelalter. Mittelalter, so 6. bis 15. Jahrhundert, Station 6, da gibt es einen Prozess, den Brian Vickers, ein berühmter Rhetorikhistoriker, 1989 in einem Buch In Defense of Rhetoric als Medieval Fragmentation bezeichnet hat. Also die Fragmentierung der Rhetorik, die sich jetzt aufspaltet in solche funktionalen Einzeldisziplinen. Ars Diktandi, Ars Poetrie, Ars Predikandi. Und die Ars Diktandi, das ist so eine gründene Brieflehre für offizielle Briefe in den Kanzleien, in der offiziellen Schriftbarkeit, wo es auch um Vertragsangelegenheiten geht und solche Dinge auch. Das wird von der Rhetorik her theoretisch konzeptualisiert. Ars Poetria ist die Dichtungstheorie, Ars Predikandi ist die Predigttheorie. Die Rhetorik wird jetzt im Mittelalter, und im Mittelalter entstehen ja auch die ersten Universitäten des Abendlandes. Bologna, will ich da nur nennen, wird die Rhetorik Teil der sogenannten Artes Liberales, der sieben freien Künste, die man unterteilt in Trivium und Quadrivium, also drei Künste und vier Künste. Und die Rhetorik wird dort Teil des Trivium, also dieser drei Künste, die es irgendwie mit Rede, mit Kommunikation, mit Sprache zu tun haben. Grammatik, Rhetorik, Logik bzw. Dialektik, die beiden Begriffe sind mehr oder weniger austauschbar. Also auch da sieht man, Bildungssystem ist ganz zentral. Dann Station 7, der Renaissance-Humanismus, die Wiederentdeckung der antiken Rhetorik, und das heißt Wiederentdeckung. Während des Mittelalters werden von Mönchen Manuskripte immer wieder abgeschrieben. Zum Beispiel Cicerous, die Oratore, die aristotelische Rhetorik, der Quintilian wird immer wieder abgeschrieben. Die spielen aber eigentlich im Bildungssystem und in der Auseinandersetzung in theoretischer Natur kaum eine Rolle. Und die werden nun in dem Renaissance-Humanismus, das im Prinzip ja immer ist, ad fontes, zurück zu den Quellen, zu den antiken Quellen, neu entdeckt. Zum Beispiel entdeckt Poggio in St. Gallen im 15. Jahrhundert eine komplette Handschrift von Quintilian's Institutio Oratoria und nimmt die einfach mit. Und seither ist dieser Text in der Welt und mit dem Beginn des Buchdrucks in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts können diese Dinge natürlich dann auch gedruckt, vervielfältigt werden und sind dann in der Welt. Die frühe Neuzeit, das ist so die Phase vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, also von Luther, dem Beginn des Buchdrucks der Entdeckung Amerikas, bis zur französischen Revolution, wenn man so will, hat ein Germanist Andreas Keller auch einmal als das rhetorische Zeitalter bezeichnet. Es entstehen auch deutsche Rhetoriken. Friedrich Rieders Spiegel der wahren Rhetorik 1493. Johann Knab hat dieses sehr umfangreiche Werk in der neuen Ausgabe ediert. Das ist sozusagen ein Meilenstein, auch diese Rhetorik dann auch in die deutsche Sprache zu bringen, wie der Aukta Atherenium die Dinge vom Griechischen ins Lateinische übersetzt letztlich. So gibt es nun auch bei diesem Friedrich Riederer einen Aneignungsprozess, das in die eigene Sprache zu bringen. Und dann ganz zentral in der frühen Neuzeit überhaupt das Gymnasium, das protestantische Gymnasium, was im 16. Jahrhundert entsteht im Bereich des Protestantismus, aber auch dann das Jesuitengymnasium im Bereich sozusagen des Katholizismus. Das sind eben zentrale Bildungsinstitutionen, in denen die Rhetorik eine ganz entscheidende Rolle hat. Im Gymnasium, im protestantischen Gymnasium, muss man sich nur vergegenwärtigen, dass die Abschlussklasse des Gymnasiums die Rhetorik-Klasse war. Die hieß Rhetorik. Und das war die Krönung der Bildung, des höheren Bildungswesens. Im Gymnasium war Rhetorik. Alles kulminierte letztlich in der Rhetorik. Und was hieß Rhetorik? Das hieß natürlich Latein, vor allem Texte auf Latein, in Latein schreiben, formulieren können, Stilistik beherrschen, argumentieren zu können, aber auch Dinge vortragen zu können und im jesuitischen Bereich dann auch sozusagen Disputation, das heißt Auseinandersetzung über Glaubensfragen bestreiten zu können, die dann im Dienste sozusagen der Gegenreformation waren, des Glaubenskampfs gegen den Protestantismus. Auch das Schultheater spielt hier eine Rolle, das barocke Schultheater, was sozusagen ganz auch in rhetorischen Diensten stand. Also da ist die Rhetorik in dieser Zeit extrem wichtig und es gibt auch an allen Universitäten eigentlich im protestantischen Bereich immer mehrere Professoren für Rhetorik. Und das ist eben bis zum 18. Jahrhundert so. Da gehen wir jetzt in Station 8. Im 18. Jahrhundert gibt es eine Krise der Rhetorik. Und die ist in zweifacher Hinsicht mindestens. Man kritisiert den Rhetorikunterricht als weltfremd, als pedantisch heißt das Stichwort, das zeitgenössische. Man fragt sich ja, das ist das ganze Latein, was macht man denn damit? Ich will doch jemand so erziehen, so ausbilden, dass der später am Hofe bei irgendeinem Fürsten eine gute Position bekommen kann. Die sprechen aber gar kein Latein, wenn, dann sprechen die Französisch. Was bringt also dieses ganze System, was sozusagen retrospektiv auf die Antike aus ist, was bringt es eigentlich jungen Menschen, wenn sie diese Bildungsinstitution besuchen? Und da gibt es sozusagen in dem Kontext auch eine Kritik an dem Prinzip der Tradition überhaupt. Also warum liest man noch diese alten Texte? Gibt es nichts Neueres? Gibt es eigentlich keine Innovation in der Rhetoriktheorie? Zwei zentrale Reformer in der Zeit sind Christian Weise in Zittau mit seinem politischen Redner. Der ist jemand, der sich genau das überlegt, wie muss eigentlich eine Reformrhetorik aussehen, die im echten Leben ihren Platz auch hat, die weggeht vom Lateinischen, auch weggeht von den langen, geschriebenen, kunstvoll ausformulierten Reden, sondern die auf kürzere Texte aus ist. Da arbeitet er sehr vielen Reformprogrammen aus. Der zweite ist Johann Christoph Gottschied aus Leipzig, Professor für Dichtkunst und Rhetorik, der 1736 eine ausführliche Redekunst schreibt, in der er versucht, im Grunde die traditionelle Rhetorik mit dem modernen Rationalismus, mit der Vernunftorientierung der Aufklärung in Einklang zu bringen. Dann entsteht, das hatte ich schon erwähnt, auch die Ästhetik als philosophische Disziplin bei Alexander Gottlieb Baumgarten, 1750. Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehen sehr, sehr viele ästhetiktheoretische Werke, in denen die Rhetorik, muss man sagen, marginalisiert wird. In diesem System des Ästhetischen, wo es ja ganz stark dann auch um Schönheit, um Angenehmes geht, um Gefallen geht, findet die Rhetorik eigentlich keinen Platz mehr. Und sie verschwindet dann auch tatsächlich aus dem Disziplinkanon der Gymnasien und Universitäten. In Tübingen kann man das ganz genau sehen, 1752 bekommt die Universität sozusagen eine neue Ordnung, ein neues Fundament, eine neue Struktur und die Rhetorik fällt raus. Die scheint offensichtlich überfüßig zu sein. Dann im 19. Jahrhundert haben wir so eine Art Rhetorikpause. Da tut sich ganz wenig in der Theorie. Es tut sich ganz viel im 19. Jahrhundert in der Praxis. Denn nun fängt ja an der moderne Parlamentarismus. Es beginnen soziale Bewegungen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften. Das beginnt sozusagen der Parlamentsbetrieb, 1848 in der Paulskirche, in Länderparlamenten schon vorher. Das heißt, wir haben im 19. Jahrhundert eigentlich so ein bisschen irgendeine kuriose Situation. Wir haben wirklich eine Blüte, eine echte Blüte der praktischen Beretsamkeit. Wir haben aber im Bereich der Theorie eigentlich nicht furchtbar viel mehr. Wir haben ein paar interessante Werke, aber eigentlich ist die Rhetorikgeschichte in dieser antiken Tradition auch Mitte des 18. Jahrhunderts vorbei. Aber dann fängt es wieder an nach dieser Rhetorikpause seit 1945 in den USA vielleicht ein bisschen früher. Oder es fängt an in den USA, um die Zeit des Ersten Weltkriegs rum, beginnt man sich wieder zu interessieren für antike Rhetorik. Aber dann tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Kenneth Burke, Rhetorik of Motives. Sie haben unten das Originaltitel, Cover. 1950, dann Ernst-Robert Curtius' Buch Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 1948, ein literar-historisches, monumentales Werk, was tatsächlich nochmal die Bedeutung der Rhetorik als eine prägende Kraft der abendländischen Literatur und Geistesgeschichte herausarbeitet. Dann Chaim Perlmann mit seinem Traité, die Nouvelle Rhetorique, heißt es im Obertitel und der Obertitel wird später dann der Untertitel, La Nouvelle Rhetorique, die neue Rhetorik aus dem Schlagwort, die neue Rhetorik. Dann Roland Barthes zum Beispiel, der französische Semiologe, Zeichentheoretiker, der 1964 einen Aufsatz schreibt, Rhetorik des Bildes, also ein Interesse auch an rhetorischen Phänomenen jenseits der Rede, jenseits der Verbalsprache. Hans Blumberg, will ich als letzten nur nennen, unter vielen ein deutscher Philosoph, der in den 70er Jahren eine rhetorische Anthropologie verfasst. Er erklärt in der Philosophie, warum braucht man eigentlich Rhetorik. Und er sagt, ja, der Mensch ist nicht in der Lage, sozusagen zur Gewissheit zu gelangen, zur Evidenz zu gelangen, weil der Mensch ein anthropologisches Mängelwesen ist. Und er braucht die Rhetorik, um handlungsfähig zu sein, in kompensatorischer Hinsicht. Die Rhetorik gleicht es dann aus, diesen anthropologischen Mangel. 1967 ist dann auch die Gründung des Seminars für allgemeine Rhetorik hier an unserer Universität. Und die Gründungsgeschichte des Seminars für allgemeine Rhetorik in diesen Jahren hängt eben mit diesem Revival der Rhetorik zusammen. Das waren die neuen Stationen. Jetzt kommt noch eine weitere. Wie ist es eigentlich im Moment? Das ist die neuneinhalbte Station. Wie ist es im 21. Jahrhundert? Es gibt eine wichtige und, ich glaube, in Teilen auch richtige Feststellung von Josef Kopperschmidt. Der sagt, ja, die Rhetorik als Disziplin, also das, was sie einmal war in antikem Mittelalter und früher Neuzeit, das kommt nicht wieder. Es ist wiedergekommen in Tübingen, aber wir sind in gewisser Weise ein Sonderfall geblieben. Aber das heißt nicht, dass die Rhetorik unbedeutend ist, dass sie keine Rolle spielt, sondern die Rhetorik kommt wieder als ein Frageinteresse, sagt er. Das heißt, als ein interdisziplinäres, transdisziplinäres Projekt. Und das ist tatsächlich auch die Form, in der die Rhetorikforschung sich heutzutage konstituiert hat, in Fachgesellschaften, in Zeitungen, Buchreihen, wo sich die Rhetoriker und Rhetorikerinnen treffen, wo sie publizieren, die selber aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen. Es gibt auch tatsächlich Rhetoriker, die in Rhetorik-Departments arbeiten, die auch Studiengänge haben, aber das ist eigentlich eher die Minderheit. Die anderen kommen aus der Literaturwissenschaft, aus der Philosophie, aus der Soziologie, aus der Pädagogik, aus der Kommunikationswissenschaft, aus der klassischen Philologie und, und, und. Und arbeiten dort eben an rhetorischen Themen. Es gibt heute Fachgesellschaften, Rhetorik Society of America, das ist die große amerikanische Fachgesellschaft, RSA, die ISHR, International Society for the History of Rhetorik, also die Rhetorik-Historiker treffen sich dort. Es gibt auch eine europäische Fachgesellschaft für Rhetorik, seit einigen Jahren eine relativ neue Initiative, europäische RhetorikerInnen, RSI. Es gibt eine ganze Reihe von Fachzeitschriften, in denen Aufsätze zu rhetorischen Themen publiziert werden. Sie haben hier die Zeitschrift der Rhetorik-Historiker, Rhetoriker. Es gibt ein Quarterly Journal of Speech, seit über 100 Jahren. Es gibt eine Zeitschrift Philosophy and Rhetorik, die sich genau um diese Themen bemüht. Und es gibt in Deutschland das Jahrbuch Rhetorik. Es gibt Handbücher, das haben Sie in blau oben, das historische Wörterbuch der Rhetorik, was bei uns am Seminar für allgemeine Rhetorik ja bekanntlich erarbeitet wurde, in 25 Jahre Arbeit ungefähr. Und es gibt natürlich auch Buchreihen, etwa die bei uns erarbeitete Reihe Neue Rhetorik, New Rhetoric. Es gibt die Rhetorikforschung und im amerikanischen und überhaupt englischsprachigen Bereich natürlich noch viel, viel mehr solche Buchreihen, in denen dann rhetorische Themen publiziert werden können. Das heißt, die Rhetorikforschung ist heute eine interdisziplinäre, internationale Angelegenheit, in dem eben Forscher, Forscherinnen aus unterschiedlichen Disziplinen an rhetorischen Themen arbeiten und sich dann publizierend, kommunizierend, vortragend treffen. Soviel zur Kürzesgeschichte der Rhetorik. Hier noch einmal auf einer Folie im Überblick. Studierte bei uns im Hauptfach werden ein Teil dieser Kürzesgeschichte etwas länger aufgefaltet, zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in dem Aufbaumodul Historische Rhetorik nochmal erfahren, wo es tatsächlich von Augustinus bis Kant nochmal darum geht, ein bisschen tiefer in diese Dinge hineinzugehen. Diese modernen Rhetoriktheorien seit 1945 spielen natürlich in der heutigen Rhetorikforschung und damit auch in der Lehre bei uns am Seminar eine ganz, ganz zentrale Rolle und natürlich auch das Bemühen, diese Theorien weiterzuentwickeln, neuere Rhetoriktheorien zu etablieren. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges, nicht bei der Antike zu bleiben, nicht antiquarisch zu bleiben, sondern sich auch theoretisch einzustellen, eben auf diese interdisziplinäre Problemlage. Gut, damit sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich wieder für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, dann gehen wir in den Teil C hinein. Tschüss. Kasor 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 Kasor